Wir kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt 22, Meinungsfreiheit gewährleisten, Netzwerksdurchsetzungsgesetz abschaffen. Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 19-7-2341, dazu gibt es einen Alternativantrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-7-2381. Einbringer für die AfD ist der Abgeordnete Herr Poggenburg. Herr Poggenburg, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, verehrte Abgeordnete, Meinungsfreiheit gewährleisten, Netzwerksdurchsetzungsgesetz abschaffen. So lautet der Antrag der AfD-Fraktion, denn seit 1. Januar diesen Jahres gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz uneingeschränkt. Die Übergangsfrist ist abgelaufen, das ist sicherlich allgemein bekannt. Dieses Gesetz, auch NetzDG genannt, stellt einen absoluten parlamentarischen Tiefpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar. Ein Gesetz, das die Meinungsfreiheit in Deutschland derart einschränkt, wie dies wohl kaum in den letzten Jahrzehnten irgendwie der Fall gewesen ist. Ein Gesetz, das private Sachbearbeiter von Telemedienanbietern in gewisser Weise zu Richtern ernennt. Ein Gesetz, das vom Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen, vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, von verschiedenen Stiftungen, von unzähligen, teils sehr bekannten Juristen und auch von den Medien äußerst scharf kritisiert, als rechtswidrig beanstandet und doch im alten Bundestag einfach mal so über alle Bedenken hinweg verabschiedet wurde. Ich erinnere nur an die Aufforderung des Journalistenverbandes vom 8. Januar diesen Jahres, den Deutschen Bundestag, also an den Deutschen Bundestag, das Gesetz so schnell wie möglich wieder abzuschaffen. Überhaupt ist es doch kaum jemandem zu erklären, wie hier bei einem sensiblen Grundrecht der Meinungsfreiheit eine gegenwirkende Rechtsdurchsetzung in private Hände gelegt wurde. Wo bitte soll so etwas irgendwann einmal enden? Vielleicht beim Entzug des grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechts der Versammlung und Demonstrationsfreiheit aufgrund einer Beurteilung eines privaten Gremiums oder einer Einzelperson. Da kann man nur sagen, wehret den Anfängen und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist eben ein solcher Anfang, dem wir ganz klar wehren müssen, sehr geehrte Damen und Herren. Und es liegt doch klar auf der Hand, dass hier etwas ganz gewaltig faul ist und eher der gezielte politische Druck des Bundesjustizministeriums mit seinem maßlosen Minister und eben nicht das Wohl unserer freiheitlichen Gesellschaft ausschlaggebend für dieses Meinungsbeschneidungsgesetz war. Das NetzDG stellt doch ganz zweifelsfrei einen Frontalangriff auf unsere Meinungsfreiheit dar. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie das gerade in Deutschland mit der Erfahrung, die wir doch aus zwei Diktaturen und gelebten Meinungsdiktatien konnten, überhaupt möglich war. Der damalige Abstimmvorgang zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz spottet ja ebenfalls jeglicher Beschreibung. Am 30. Juli 2017 stimmten keine 60 Bundestagsabgeordnete, also noch nicht einmal 10 Prozent des Bundestages, über ein Gesetz ab, das derart umfänglich und nachhaltig einen unserer gesellschaftlichen Grundpfeiler, nämlich die Meinungsfreiheit, einschränkt. 316 Bundestagsabgeordnete hätten für eine Beschlussfähigkeit anwesend sein müssen. Circa 55 waren es tatsächlich. Allein es fehlte ein Antrag zur Feststellung der Beschlussfähigkeit oder Beschlussunfähigkeit, ein Treppenwitz deutscher Parlamentsgeschichte. An diesem Tag hat Deutschland aller Welt das Versagen seines parlamentarischen Systems eingestanden. An diesem Tag wurde von den gewählten Volksvertretern das eigene Volk in einer beschämenden und wirklich traurigen Posse vorgeführt. Nicht anders kann man das beschreiben. Ein Ermächtigungsgesetz könnte die hastige Verabschiedung neuer einschränkender Gesetze kaum drastischer zentralisieren, als das an diesen Tagen vor aller Weltaugen im Deutschen Bundestag geschehen ist. Wie kann man nur derart unverantwortlich mit dem Vertrauen seiner Bürger in das bestehende parlamentarische System umgehen? Diese Frage stellt sich. Wir können festhalten, dass Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist inhaltlich, aber auch hinsichtlich seines Zustandekommens, seines Beschlusses, eine Schande und ein schwarzer Tag des deutschen Parlamentarismus. Dies sollte man, nein, dies muss man mit einem klaren Zeichen, mit Einsicht und Neubesinnung korrigieren. Und hier kann nur die vollständige Aufhebung dieses teuflischen Gesetzes stehen, auch aus einer gewissen symbolischen Notwendigkeit heraus. Dass Herr Bundesjustizminister Maas vor kurzem sogar selbst durch das Netz DG eingeholt und getroffen und als Verfasser von Hassbotschaften oder Fake News entlarvt wurde, entbehrt einer gewissen Ironie nicht, passt aber in den ganz bizarren Rahmen der Gesamtvorführung. Halb Deutschland wusste an diesem Tag wahrscheinlich nicht, ob es lachen oder weinen sollte. Und, werte Linksfraktionen, so gut es vielleicht ist, auch wenn noch ganz wenige da sind, dass Sie die vorliegende Initiative der AfD-Fraktion aufgreifen und einen Alternativantrag einbringen. Und so löblich es ist, dass Ihre Bundestagsabgeordneten damals tatsächlich gegen das Netz DG stimmten. So fraglich ist allerdings auch, warum keiner dieser Abgeordneten damals die Feststellung der Beschlussunfähigkeit beantragte. Ich gehe davon aus, dass es eben doch noch so viel zentralistische Übung in der SED-Nachfolgepartei gibt, dass ihre Abgeordneten das ganz normal fanden, ein Gesetz gegen die Meinungsfreiheit mit ca. 55 Abgeordneten abstimmen zu lassen, wo doch zur Beschlussfähigkeit 316 nötig gewesen wäre. Naja, jeder so, wie er es früher eben einmal gelernt hat. Werte Abgeordnete, letztlich stellt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nichts weiter als den Versuch dar, nun auch im bisher doch recht freien Internet die Kontrolle über die Meinungsäußerung des Einzelnen zu erlangen. Aussagen, die nicht dem politischen Zeitgeist und der sogenannten Political Correctness folgen, sollen gelöscht und in die betreffenden Personen gegebenenfalls sogar sanktioniert werden. Um nicht mehr und nicht weniger geht es dabei. Das Netz-DG ist daher ein typisches Instrument der Zensur für den Machterhalt der Obrigkeit und einem modernen freiheitlichen Rechtsstaat vollkommen unwürdig. Werte Abgeordnete, lassen Sie mich daher mit einem Zitat schließen. Da heißt es, die politische Korrektheit kann keine legitime Grenze der Meinungsfreiheit sein. So sprach Roman Herzog, siebter Bundespräsident. Und darüber sollten wir alle einmal ganz, ganz intensiv nachdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.